koffein das forscher besser arbeiten das wäre auch noch eine interessante idee und tourmalin und hier ist auch noch tourmalin ist meine armee unterwegs ja sie ist unterwegs du kannst sogar schon befördert werden und du holst mir den ersten marmor und da ist noch viel mehr marmor das ist gut also ja erstmal marmor um die forschungstische auf abzubreden dafür baue ich allein schon 150 und mit allem was wir sonst an marmor finden machen wir unser thronsaal schöner so dich auch gleich noch da unten das ist ja niedlich der hat keine chance so du bist noch am trainieren hier gibt es noch eine trainingsfigur für euch hier ist jede menge tourmalin ich brauche eine leiter hier leiter hier und eine leiter hier dann können wir beide nämlich auch wieder zum essen gehen und ich habe das nötige tourmalin für die forschungstische sehr schön das nötige marmor und auch das tourmalin für den letzten forscher und ja das war jetzt gerade etwas gold verschwendung so ich will die tische bauen und zwar im pause modus wegen dem bug und der letzte forschungstisch dann bin ich zufrieden so jetzt dürfte die forschung ordentlich abgehen also ich muss natürlich jetzt tiefer dass ich die forschung ja der forschungsbalken der tickt auf jeden fall gut hoch jetzt kommt auch noch der letzte forscher auf jeden fall sehr schön ich habe aber jetzt trotzdem noch das ganze tourmalin und den marmor ab den ich hier finde wie gesagt gerade mit dem marmor kann ich hier den thron sein verschönern als nächstes brauchen wir soldatenkultur und heroismus dann können wir hier oben in richtung zwergische vorbilder gehen vielleicht nach dem heroismus erstmal große thron erforschen dass wir den lagerschub kriegen hier gibt es noch titan aber wenn wir im augenblick naja gut wir können dann trainingsfiguren mit dem titan bauen dann trainieren unsere soldaten noch besser weil hier noch mehr titan ist so du bist dafür kommt jetzt der andere hier oben wie viel kostet eigentlich so eine titan trinks figur 50 20 und das geht wie sieht es mit besseren nahrungspflanzen aus apfelbäume ja ich pflanze dir einen apfelbaum die würden halt das dreifache geben als unsere maisfelder haben wir noch irgendwas den herbstapfelbaum purpurpilze aber unsere nahrung hält sich am limit also maximallimit nicht am minimum limit okay entweder ist hier eine riesen tor malina da der andere kommt auch mittlerweile da ist noch mehr titan und soldaten kultur sehr schön wir haben schon wieder einen punkt bevor wir gerade eben erst soldaten kultur erforscht haben ja das tomalin und das titan das nehme ich jetzt erstmal noch mit oh hier ist gar kein titan mehr das ist das ist das ist jetzt ein richtig verworrener tomalin cluster gewesen aber echt so wie hier noch mehr tomalin ist also ja große ton und dann geht es in richtung zwergische vorbilder und ja da können wir noch rein ich will aber erstmal versuchen jetzt dann hier rein zu buddeln also erstmal hier nach unten da komme ich in den raum hier rein und von dem raum aus kann ich in den raum buddeln das ist so der plan und irgendwie hätte ich erwartet dass ich ein bisschen mehr titan hätte los gibt mir die größe und ruhen noch ein vorschuss punkt jetzt sind sie wirklich extrem schnell am forschen die jungs hier wäre halt noch ein haufen platin und gold wenn ich dann mal irgendwann ja hier ist titan die größeren truhen habe dass ich das ganze auch lagern kann kann ich das ganze gold und so auch abbauen vor allem das gold da wir eben gold brauchen also jetzt aber erstmal will ich natürlich in die räume hier unten rein buddeln das wäre dann an dieser stelle hier okay das ist nur eine einfache so kommen wir in der hausung mal wieder mit einem einzelnen goblin scheine dass ich keine gegner porten kann weg mit dir ist sicher ist sicher ja geh ruhig da hoch nein nicht wieder umdrehen kommt mein militär ja mein militär das kommt aber es ist halt nicht von der schnellen sorte ich bring dich mal lieber hier oben in sicherheit so das militär kümmert sich nämlich um den goblin ja und von hier aus und da haben wir sogar die autorität können wir die beiden sachen auf ausgraben so der ist tot also jetzt wieder nach oben und ja jetzt haben wir genügend titan würde ich mal sagen um trainingsfiguren zu bauen und hier ist noch mehr titan was wir brauchen können für noch mehr trainingsfiguren jawohl so die essen hier einen hoppen auf dem gut gedeckten tisch und ja unsere nahrung schießt wirklich immer noch in die höhe so genmanipulation jetzt können wir noch bessere pflanzen anpflanzen äh ja ein paar blauenbären kirschbaum regenschirr ja jetzt regnet uns an der erde nicht gerade täglich aber wie man es nimmt die besten nahrungsplätze stehen einem erst ab stufe 4 zur verfügung weil sie also stufe 4 mal was freigeschalten hat oder tier 4 wie man es nennen möchte ja an das goldrand zu kommen da wird interessant werden werde ich es dann irgendwann mal holen wird genauso werde ich hier alles untergraben um an die ressourcen hier alle ranzukommen wenn es dann mal soweit ist so hier und hier haben wir noch die platin und hier hat das training klappt so hier und hier habe ich jetzt